Der Albin mit seiner Mutter am Kerbermarkt. Der Herbst hat in unserer Region nicht nur Schlechtswetter, sondern auch schon mal ein paar schöne Wochenenden, wo auch wirklich was geboten ist, wie zum Beispiel der Kerbermarkt in Bad Stehm. Wenn du da ein bisschen nach Mittag drauf bist, kriegst du schon keinen Parkplatz mehr. Du musst oben auf dem Bereich parken, oberhalb von der Spielbank und dann läufst mindestens einen Kilometer, bis du den Markt erreichst. Von da oben sieht man schon die Haufen Leute. Bloß wenn das Wetter ein wenig passt, ist dort die Hölle los. Über 200 Markthändler haben da ihr Zeug aufgebaut. Vom professionellen Verkaufswagen bis hin zum Tapizier, das spielen die alles an. Du kannst ein Auto kaufen, ein Rasenmäher, Kochlöffel, Zoobastler, einfach alles. Aber es gibt natürlich auch Brotwurst, Forellen, Kerberküchler und Gummibärler. Alles da. Der Albin fährt jedes Mal vom Hof über Kärcher-Lamitz, da nimmt er seine Mutter mit und dann auf dem Markt nach Bad Stehm. Über eine Stunde ist er mindestens unterwegs. Glück haben sie gehabt mit dem Parkplatz. Wie sie sich dann durch die Reihe am Kerbermarkt durchgeschoben haben, hat die Mutter eingekauft. Und ihr Albin dürfte alles schön tragen. Ein Biegelbrett hat sie für 5 Euro gekriegt und ein nagelneier Gänzbreder konnte sie für die Hälfte vom Neubreis ergattern. Dann hat sie sich noch drei Scherzen, vier große Einmachgläser und einen Schneeschauer gekauft. Der Albin hat ausgeschaut, als wenn er grad vor seiner Wohnung ausziehen würde. Wie ein Backesel ist er sich vorgekommen und hat gejammert, Mensch, Mutter, kauf halt nicht so viel. Ich kann das Zeug voll wirklich nimmer alles schleppen. Stell dich nicht so an, hat sie ihn zusammengeranzt. Früher musste man noch viel mehr ertragen und kilometerlang heimschleppen. Früher war eh alles anders, hat der Albin grummelt und ist weitergelaufen. Ganz bevor sie hinterm Markt wieder raus sind, waren da noch so Drödler mit ihre Stände. Ach du Scheiße, wollte der Albin grad sagen, aber die Mutter hat schon einen Klorollenhalter, einen Kaffeemühlen, einen Holzklappstuhl und einen Helm aus dem zweiten Weltkrieg einbacken wollen. Da ist der Albin ausgeflippt. Jetzt langt es, Mutter, den Helm, wenn es kaufst, kannst heimlaufen. Lauter so klump, das zusammenstaubt und irgendwann schmeißt es sowieso weg. Das trage ich dir nicht heim. Die Mutter hat ein bisserl eingelenkt und gesagt, hey, das sind alles Erinnerungen, Gunger. Da hat es dich noch gar nicht gegeben. Also den Helm lasse ich da, aber das andere zeige ich mir schon mit. So ein grimmiges Gesicht hat der Albin schon lange nicht mehr gemacht. Dann hat die Mutter noch ein paar Wollsocken für ihren dichtigen Buben gekauft und dann sind sie heim. Wie der Albin die Socken gekriegt hat, war seine Laune schon ein bisserl besser. Aber nächstes Jahr hat er ihr versprochen, stellt er sich auch damit hier auf dem Markt und verkauft den ganzen Krempel, den sie heute eingekauft hat.